Hallöchen, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Definitely Nut Fried Chicken. Wir sind hier gerade am überfallen werden schon wieder. Sie schießen die Beete kaputt. Oha. Was soll das? Digger. Oh mein Gott. Mach doch was. Tut Dinge. Der stürmt wenigstens hübsch. Jetzt rennt er natürlich zu dem mit der Waffe zuerst, der Idiot. Hä? Scheiße. Das ist natürlich nicht so geil. Geh doch da hin. Der hat Schiss. Der soll ja keinen Schiss haben, der soll die wegboxen. Alles sind weg. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt kannst du wieder reinlassen. Toll. Scheiße. Jetzt brauchen wir einen Hausmeister, der uns die Scheiße hier... Einen Ingenieur, der alles repariert. Machen wir einen Arbeiter. Am besten nochmal einen. Ja. Gut. Räumt ein Objekt vom Boden, man auch Leichen. Die Putzkraft. Wisst ihr, sie sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Mhm. Sehr gut. Selbstzerstörung aktiviert. Ja genau, der Rechner geht gleich hoch. Mit dem Sound. Warum passiert das dauernd? Ist das der Major oder was? Mag der uns etwa nicht? Na ja, hat er ja gerade gesagt gehabt in der Notiz. Wir haben ihm doch seinen Laden aufgebaut. Was hat er denn? Na, dass wir Konkurrenz sind. Indem wir was anderes verkaufen als er. Wir sind ja illegal. Ja. Na, er nicht. Genau. Da liegt noch Kotze. Oder was kann man sein, so? Reparier mal schneller hier. Cannabis top, nicht? Ja. Ich blick aber auch immer noch nicht so ganz durch. Also ich weiß nicht, was mir das Spiel jetzt hier... Ich auch nicht. Das erklärt mir noch zu wenig irgendwie. Man verdiebt Gras und man steigt irgendwie auf. Keine Ahnung. Macht der Schlag über mit seinem Schläger, ja. Nicht, dass er gleich die Fahrer erschlägt. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Wir müssen liefern. Ja, wir haben halt keine Ware gerade. Ja, das ist ein bisschen doof. So, die Beete sind wieder da. Haben auch ein Arbeiter, der das macht? Ein Arbeiter ist ja hier. Wieso macht der da nichts? Warte dein Gerät in der Pause. Mach mal was, mach mal einer hier, mach mal... Wer ist denn das? Der ist das. Ja, wie war denn das nochmal mit dem Arbeitsplan? Äh, 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 die Uhrzeit vielleicht da? Oh mein Gott. Alter. Oh, ich kann Land kaufen. Wir können hier noch richtig... Mhm, man kann richtig expandieren. Ein Waschsalon. Okay. Ach, da können wir dann vorne ein Donut laden, ein Hähnchen-Imbiss, ein Hummer-Restaurant, ein Nachtclub oder ein Casino. Oha, wie cool. Geil. Das heißt, wir können eigentlich einen Laden aufbauen und im Hintergrund dann die Jogen machen. Dazu nieten wir aber erstmal Money. Hm. 17.000 haben wir ja, aber das reicht halt auch nicht weit. Nee, nicht wirklich. So, da sind wir, macht er jetzt mal sein Beet oder so, da sind wir in der Pause. Ich gehe mal auf die Landschaftsgestaltung, bauen, vielleicht auf dem Arbeiter-Symbol. Arbeitsplan, so. Genau. Ah, das ist, weil du irgendwie... Nichts jetzt in der Tagesschicht. Ja, genau. Und dann brauchst du nachher noch einen in der Nachtschicht. So, aber jetzt müsste das laufen, also die müsste jetzt eigentlich was machen. Mach mal was. Die macht aber nichts. Scheiße. Wie spät haben wir es denn? 15 Uhr. Eigentlich müsste hier was machen. Ich kann doch noch anfangen. Ja, auf der Suche nach Arbeit. Ja, dann arbeite halt. Ah, du musst ihm die Dinger noch zuweisen, was der machen soll. Da, links. Ah, lol, Alter. Das macht doch nichts. So, jetzt geht's los. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Ab die Post. Produzieren sie Drogen. Kann ich die Symbole irgendwie ausmachen? Geil, ein Päckchen verpackt und gib ihm. Let's go. Ab was. Der ist so on fire. Ja, wenn hier irgendeiner kommt, Alter, der boxt die komplett weg. Der macht die ganze Zeit Schlagübungen, also wenn der einen trifft, der liegt ja direkt auf dem Fuß. Den nimmt es direkt weg. So. Warum ist denn dein scheiß Mikro so leise? Keine Ahnung. Warum das so leise ist. Sag mal was. Hallo? Ja. Gut. Mach es halt einfach auch mal hoch. Ich weiß nicht, guck mal auf der Kamera wieder halt. Der Abstand ist schon radikal. Also der Unterschied zwischen uns beiden. Kartoffelchips, Entwicklungsvorschritt. Das hast du auf den Boden geschmissen. Echt jetzt? Kontaminiert? Ja. Jetzt ist es schon kontaminiert. Und der Hausmeister schmeißt es auch hin. Der, der putzt. Idiot. Achso, wir haben ja nirgends Mülleimer. Oh. Gibt's das? Ein Spiel ganz nach meinem Geschmack. Ja, ne? Weil du kannst halt jetzt hier im Vordergrund, kannst du jetzt halt, guck bei Land kaufen, kannst du jetzt im Vordergrund, ah guck mal bevorzugte Geschäfte. Spielothek und Dings. Ah, ja, ja, ja. Kannst du jetzt Grundstücke kaufen und kannst halt im Vordergrund einen Laden aufbauen und im Hintergrund tust du dir dann ein Drogenimperium aufbauen. Also so richtig, äh, Breaking Bad. Voll geil. Der soll hier hin, der soll da hin. Sollten wir einen fertig machen, dass wir noch Kohle kriegen. Ja, das stimmt. Tun wir mal den hier beladen jetzt. Komm, dann tut er auch hier und der macht, der muss aber da noch fertig machen natürlich. Ja. Weil der ist ja schon unterwegs. Ja. Oder soll man den wegnehmen und, weil der braucht halt 20, ist halt schon, ist halt schon heftig. Wir brauchen erstmal irgendwie aufbauen und managen, mag ich ja eh so gern. Ja, macht schon Bock. Äh, da sollte jemand was anpflanzen, sonst geht das bald aus. Macht die das auch? Naja, ist ja an. Eigentlich, das ist ja eingestellt. Der Hunger, der hat aber jetzt gerade Feierabend. Ja, gleich. Ach so. Ja, das sehe ich natürlich eh zu gut. Einfach den Arbeitsplan ändern und putz. Na, hauen wir mal den hier raus. Ja, nee, das geht ja nicht, Alter. Da kannst du ja nicht. Ingenieur, tschüss. Und der schafft dann eine Schicht 1. Ja. Ach hier. Der arbeitet dann nämlich genau bei der andere. Pause macht. Oh, Digga. So, guck. Da wächst ja wieder was. Sehr gut. Ach so, ich hätte noch muten sollen. Oh, Alter. Ist doch gerade schon laut. Ja, schon. Ah, ich kann gucken. Ja, ich kann es doch noch Grundstücke kaufen. Ach, ich kann das hier noch. Guck mal hier. Mhm. Ah, da können wir sogar noch ein bisschen expandieren, hey. Ja, so ein bisschen. Auf dem kleinen Grundstück. Da habe ich natürlich kein Taschentuch hier. Das ist natürlich doof jetzt. Ja. Da red doch Klartix zu mir. Die Pause vorbei und guck schon das Spiel hier. Oh. Süß. So, wir haben jetzt hier Bart expandiert und so. Es geht jetzt ab. Mhm. Die können jetzt pissen und scheißen gehen. Schön, dass du es so, dass du es so normal ausdrückst. Mhm. Ah, jetzt ist nur noch der da oben. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Standard, schlecht. Das ist ja normal. Qualität. Ich kann das. Ah, du kannst den Standard erhöhen. Von den Drogen. Die gut die sein sollen. Naja. Wir verkaufen halt noch schlechte Drogen. Ja, wir können, wir bauen ja gerade auch nur schlechte an. Guck. Mhm. Qualität schlecht. Das steht, also wenn man das Ideal, also die Lichtdingen hochführt, dann die Idealstand ja 5, glaube ich, oder? Ja, aber da gibt es ja noch mehr Sachen dann. Dieses Drogenbeet. Die du einhalten kannst. Mhm, okay. Luftbefeuchter. Luftreiniger, Heizstrahler. Da gibt es noch alles mögliche dann. Okay. Um das halt zu verbessern. Aha. Wäre ja relativ sinnvoll, wenn du an der ersten Bude direkt... Vollgas gibt. ...dann direkt hier alles aufgelevelt hast. Mhm. Ach, guck mal. Das ist jetzt hier richtig dunkelgrün. Das ist richtig saftig grün. Mhm. Weil das jetzt getrocknet ist. Ja, ist so ein bisschen blass, ja. Getrocknet. Nester Schritt schneiden. Mhm. Verkaufsplatz 117. Qualität gut. Zwei sind unterwegs. Mhm. Die werden nicht von den Cops angehalten. Und die kriegen wir von denen, wenn der 20 will? Nächstes, glaube ich, Quest. Deswegen steht da nichts. Ach so. Dann kommen wir, glaube ich, weiter. Ah ja, stimmt. Ja, das könnte sein. Ja. Ja. Die fahren den Automat echt. Wenn die da dran spielen. 14,9. Ja, na ja. Ist halt schwierig. Man weiß nicht, ob es hoch oder runter geht. Runter. Wir waren gerade auch bei 16. Mhm. Das war auch gerade eben schon bei 15 wieder. Also geht's runter. Mhm. 28. Ja, das dauert halt. Das ist halt sauber weg, der Typ. Aber finde ich voll geil, dass wir das dann auch dahin tragen. Und auch wirklich schneiden und so. Und dass es dann nicht einfach fertig ist. Ja, ist schon geil. Also, safe und geiles Spiel. Also wahrscheinlich komplett umfangreich. Ja, das siehst du ja. Gar nicht wissen, wie das nachher aussieht. Also später aussehen kann. Wenn man alle Bogen hat. Haben wir ja gesehen auf Steam, Alter. Das ist ja völlig krass, was da so rumsteht. Coin Laundry. Boah, geil, wie das Auto schräg in der Parklücke steht. Fett. Boah, die stehen alle anders schräg. Nice. Der Typ lehnt dann seine Hauswand, Alter. Geil. Da hinten ist gerade einer reingegangen. Echt? Gar nicht gesehen. Das ist schon lebendig hier. Schon cool. Da, die treffen sich die Jugendlichen. Die sollen sich nicht treffen. Die sollen meine Drogen kaufen. Abhängig werden und dann im Leben komplett abstürzen. So wie bei den Truck-Dealer. Alle abhängig machen. Ja, das kommt dieses Jahr auch noch, ne? Stimmt, der Zweier. Der Zweier kommt. Die Frage ist nur, wann. Dieses Jahr. Immer weniger Kohle. Wie sieht das aus mit Lieferung? Elf erst. Oh mein Gott, ey. Das zieht sich wie Sau. Das zieht sich. Und das zieht sich so lang, nämlich so lang sogar bis zur nächsten Folge von Definitely Not Fried Chicken. In dem Fall sehen wir uns wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es dir gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Tschüss. Tschüss.